Ein Gespenst geht um in Deutschland. Das Gespenst der Psychiatrisierung und der Zwangsimpfung. Seit gestern, dem 10. Januar 2023, weist die Welt von dem skandalösen Fall der jüdisch-ukrainischen Komponistin Ina Svanetskaya, 85 Jahre alt. Ich lese daher einen Brief vor, den Marina Mascha Aurel aus diesem Anlass gestern an das Amtsgericht Bad Cannstatt geschickt hat. Sehr geehrte Damen und Herren, We for Humanity ist eine internationale Initiative von Holocaust-Überlebenden und ihrer Nachfahren. Ein Hilferuf ließ uns sprachlos. Der oben genannte Beschluss, demzufolge eine Holocaust-Überlebende gegebenenfalls unter Gewaltanwendung aus ihrer Wohnung geholt und gegebenenfalls fixiert gegen ihren Willen geimpft werden soll, kann nur ein schreckliches Missverständnis sein. Mein Name ist Marina Aurel. Ich bin internationale Sprecherin für We for Humanity. Selbst gebürtig aus der Ukraine habe ich mich mit Frau Svanetskaya in ihrer Muttersprache unterhalten. Hier sind meine Eindrücke und Erkenntnisse, die ich allesamt aus dem fast einstündigen Gespräch gewonnen habe. Ina Svanetskaya war in ihrer Heimat bekannt und anerkannt. Sie ist eine begnadete Pianistin und Komponistin, der einst Dmitri Shostakovich zuhörte. 22 Jahre lang unterrichtete sie Musik an der renommiertesten Musikakademie Russlands und genoss auch als Musiklehrerin hohe Anerkennung. Ina Svanetskaya schrieb Musik für Soloinstrumente und für Orchester. Sie ist stolz auf die drei Goldmedaillen, die sie mit ihrer Musik gewann. Die dritte an ihrem 70. Geburtstag, als sie bereits in Deutschland lebte. Die Stadt Stuttgart würdigte Frau Svanetskaya und schenkte ihr ein Klavier, den größten Schatz, für welchen die Komponistin bis heute dankbar ist. All die Symptome der unmissverständlich suggerierte Größenwahn, die Fokussierung auf eigene Personen und vor allem auf die Musik, die als Begründung für die Zwangsmaßnahmen im Beschluss stehen, sind Hilferuf einer außergewöhnlichen Persönlichkeit, die sich nicht mehr gebraucht, nicht mehr anerkannt fühlt. Es ist Reaktion eines unterforderten Verstandes. Bevormundung, Isolation und Zwang werden diesen Zustand noch fördern. Im Gespräch mit mir blühte Ina Svanetskaya auf, als ich bestätigte, dass ich einige ihrer Werke kenne und die jüdischen Variationen für zwei Violinen besonders mag. Ich habe das Gespräch als angenehm und bereichernd empfunden. Ich habe erwartet, dass Ina verwirrt sein würde, doch das ist nicht der Fall. Vielmehr war ich überrascht, dass sie sich zum Beispiel an Namen und Orte erinnert, die mit ihr nichts zu tun haben. Ich habe die Angaben überprüft. Sie waren korrekt. Hier sind einige Auszüge aus unserer Unterhaltung. Ich Wie sieht Ihr Alltag aus? Ina Wenn ich morgens aufstehe, habe ich schon eine Komposition, die ich aufschreiben muss. Danach geht es weiter. Essen Spazieren gehen Finden Sie das merkwürdig? Ich Nein Aus meiner Sicht hat jeder Mensch das Recht darauf, auf eigene Weise glücklich zu sein. Ina Ich bin glücklich, wenn ich komponiere. Und wissen Sie was? Früher, da musste ich spielen, um Noten aufzuschreiben. Jetzt nicht mehr. Ich Masha Sie meinen, Sie komponieren direkt aus dem Kopf? Ina Eher Aus dem Herzen Masha Brauchen Sie Hilfe oder können Sie Ihr Leben selbst meistern? Ina Ich bin für die Hilfe schon dankbar. Ja, es ist besser so. Ich bin dankbar. Masha Es heißt aber, es klappt nicht gut mit dem Pflegedienst. Was ist passiert? Ina Wissen Sie, wenn ich komponiere, möchte ich nicht gestört werden. Das wissen die Menschen natürlich nicht. Ich habe das nicht böse gemeint. Menschen machen Fehler. Ich weiß, dass ich Fehler gemacht habe. Meistens, wenn ich in Musik vertieft war und Menschen um mich nicht wahrnahm. Das tragen Sie mir manchmal nach. Masha Masha Ich mag Ihre jüdischen Variationen für zwei Violinen. Ina Oh, wirklich? Nur die? Masha Ich mag auch andere Stücke, aber dieses ist mein Favorit. Gibt es etwas, worauf Sie selbst besonders stolz sind? Masha Masha Natürlich nicht. Eine Freundin von mir unterrichtet Musik für die Kids in der jüdischen Gemeinde in Hannover. Wäre das etwas für Sie? Ina Vor etwa zwei, drei Jahren habe ich noch unterrichtet. Ich frage mich, ob ich vielleicht zu alt dafür bin. Am liebsten komponiere ich. Aber wissen Sie, wenn mich das vor der Einweisung bewahrt, unterrichte ich natürlich. Sagten Sie Hannover? Ja. In Hannover lebte Kolmanowski. Ob er noch lebt? Masha Ich kann recherchieren. Ina Danke. Da fällt mir ein, zwischen zwölf und vierzehn Uhr arbeite ich immer. Das ist jetzt. Wissen Sie, wenn es in Ordnung für Sie ist, dann gehe ich zurück zur Musik. Natürlich. Danke Ihnen. Inna Schicken Sie bitte an Frau Richterin meine Musik. Ja? Rahela Drobny, die Inna Svanetskayan nahesteht, sie seit Jahren kennt und sie aus Nächstenliebe unterstützt, bestätigt meinen Eindruck. Sie begegnet Frau Svanetskaya mit Verständnis, Geduld und Interesse für ihre Leidenschaft. Frau Drobny kann das im Gutachten geschilderte Verhalten nicht bestätigen. Es ist so, sagt sie, als ob man über eine völlig andere Person lesen würde. Sie beobachtet, wie bewusst Frau Svanetskaya mit Medikationen umgeht. Ihr Vater war Arzt und Pharmakologe, wie sie im Gespräch erwähnte. Und beteuert, dass es nicht der Wahrheit entspricht, dass Frau Svanetskaya Medikamente nicht nimmt. Sie beobachtet, wie Frau Svanetskaya ihren Alltag meistert, wie klar sie ihre Wünsche artikuliert. Rahela Drobny appellierte einst an Frau Pecher, das ist die Betreuerin von Inna Svanetskaya und sagte, dass alte Menschen wie Kinder sein, Geduld und Verständnis brauchen. Darauf erwiderte die Betreuerin, dass man alte Menschen wie Kinder in ihre Schranken weisen solle. Durch Zwangseinweisung und Impfung? Musik ist Leidenschaft, eine Gabe, der Inna Svanetskaya ihr ganzes Leben gewidmet hat. Seit Jahren ist die Musik zunehmend auch zu Flucht, da Frau Svanetskaya mit der permanenten Bedrohung, aus ihrer vertrauten Umgebung weg von ihrem Klavier geholt zu werden, anders nicht umzugehen weiß. Und schon sieht man darin, Zwangsverhalten und Unfähigkeit zu kommunizieren. Hat der Gutachter mit Frau Svanetskaya russisch gesprochen? Meine Deutschkenntnisse sind gut, wie sie diesem Schreiben entnehmen können. Doch ob ich medizinisches Fachjargon meistern würde und vor allem, ob ich das unter Druck und im Angstzustand schaffen würde, darf ich bezweifeln. Inna Svanetskaya wirkt wie jemand nicht von dieser Welt. Sagt man das nicht manch einem Uniprofessor nach? Jemandem, der in der Welt der Poesie lebt und auf jedem Papierfetzen Reime schreibt? Jemandem, der ständig malt und menschliche Charaktere als Farben wahrnimmt? Wenn man Van Gogh zwangsisoliert hätte, nachdem er sich ein Ohr abgeschnitten hat, hätte die Welt das Geschenk vieler seiner Gemälde nicht erfahren. Inna Svanetskaya lebt in der Welt der Musik. Wenn jemand zum Normalsein Musik und geteiltes Interesse daran braucht, ist das kein Grund für Zwangsmaßnahmen. Obendrein ohne Rücksicht darauf, was diese einer Holocaust-Überlebenden seelisch antun. Ihre Heimatstadt Venezia war von 1941 bis 1944 durch die deutsche Wehrmacht besetzt. 1937 geboren, nicht 1939 wie im Beschluss und anderen Unterlagen steht, war Inna Svanetskaya zwischen vier und sieben Jahre alt. Sie erinnert sich an die Todesangst, in der die Familie lebte. Nicht umsonst weigert sie sich vehement, über dieses Thema zu sprechen, wie so viele Überlebende. Haben Sie eine Vorstellung, was diese Frau durchmacht? In einem Interview sagte Inna Svanetskaya, wenn ich ein Dach über dem Kopf habe und den Himmel und die Bäume vor meinem Fenster, dann ist das ein Grund, glücklich zu sein. Ich brauche nicht viel. Das und die Musik. Ohne Musik und Kommunikation in ihrer Sprache wird Frau Svanetskaya erst recht in die Demenz abgleiten und sterben. Sie sagt, dass sie ohne Musik nicht leben kann. Und das meint sie. Um Gottes Namen überdenken Sie bitte Ihre Entscheidung. Ermöglichen Sie einer außergewöhnlichen Frau und einer Holocaust-Überlebenden einen würdigen Lebensabend in Ihren vier Wänden. Wir sehen hoffnungsvoll Ihrer positiven Mitteilung entgegen mit freundlichen Grüßen Marina Aurel. Liebe Marina Mascha, vielen herzlichen Dank für diesen wichtigen und schönen Einblick in das Leben und die Wünsche von Inna Svanetskaya und die Mühe, diesen Brief zu schreiben an das Amtsgericht Bad Cannstatt. Vielen herzlichen Dank, Beate Bahner, Heidelberg. Vielen herzlichen Dank.